Du brauchst einen Vakanzenjob. Da kommt der 19. Februar ab Esch an die Kulturfabrik. Von 10 bis 17 Uhr stellen sich ein Reihe Betrieber für einen freier Juncker Vakanzenjob. Am Atelier von der Uni kannst du lehren, wie sie ein CV schreibt oder sich an einem Vierstellungsgespräch behält. Weile Informationen zu Vakanzenjob vorführenst du ab pisch.jalu oder ab esch.jalu. Bis zum nächsten Mal.